Heute werden wir einen Heidenzieg in ganz Mount Olympus machen. Ihr habt genau eine Minute Zeit, um euch zu verstecken. Wenn ich euch eliminiere, seid ihr raus. Die letzte Person, die es schafft zu überleben, kriegt 100 Euro. Und es geht los in 3, 2, 1. Viel Spaß. Tschüss, 100 Euro. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung, ich habe nie so. Das ist das, was du in der Kindheit verpasst hast. Wie lange haben wir denn Zeit, hä? Meine Eltern haben mich geliebt. Oh oh, oh oh. Darf man oben auf dieses fette Ding drauf gehen? Ja, hab ich auch schon überlegt. Aber trotzdem ist alles Ass hier, ne? Ich komme in 30 Sekunden. Nein, Maxi, warte noch. Fix ist neben dir und du musst einfach nur gucken. Ich hab den heftigsten Spot. Ich glaube, ich hab den heftigsten Spot. Nee, Mann, ich werde den besseren Spot haben, 100%. Gehört das hier noch mit dazu? Egal. Darf man uns weglaufen, wenn er uns sieht? Ja, aber nicht bauen, weil sonst kommt es. Nee, aufzubauen. Ich will nicht bauen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, ich fang an zu suchen. Okay, wo sind sie? Wo sind die Mäuse? Der Ort ist gar nicht mal so klein. Der ist schon ein bisschen größer. Also ich muss mich sehr beeilen, um hier irgendwie zu finden. Ich habe auch nicht viele Waffen dabei. Ich habe nur eine. Jetzt habe ich zwei. Mäuse, mach mal piep. Er ist schon am rumlaufen, oder? Ja, der läuft schon rumlaufen. Also normalerweise stirbt Fix immer als erstes. Nein, diesmal werde ich nicht als erstes sterben. 100% nicht. Scheiß, der Ort ist riesig. Ich bräuchte Flügel oder so. Kacke, das ist gar nicht gut. Okay, ich kann mir vorstellen, dass viele sich unten verstecken und nicht weiter oben, weil sie wahrscheinlich direkt denken, dass ich nach oben gehe. Und by the way, Leute, falls ihr noch mehr von so welchen Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, unten, Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und warte mal ganz kurz. Nein, nein, nein. Bitte nicht, Maxi. Nein. Vergesst nicht, bei Support the Creator meinen Namen einzugeben. Nein. Bitte nicht. Die Flügel sind viel zu krass. Maxi, so wie ich es da gerade steht, uns das ab 14 Tagen erneuern. Umarm und geht raus an der Stelle. Es tut mir leid. Dennis, mein Bester. Okay, Freunde. Ich hoffe einfach nur, dass Maxi mich nicht als erstes findet. Ich werde immer als erstes gefunden. Und das ist richtig kacke. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich baue hier sowas rein. Und wenn er kommt, dann versuche ich einfach wegzurennen. Ich weiß, eigentlich darf man nicht bauen, aber er muss ein bisschen Mitleid mit mir haben. Ich bin jede verdammte Runde gestorben als allererstes. Dieses Mal nicht. Er ist so an mir dran. Warte, hier war doch gerade Magiken, oder nicht? Hier war gerade Magiken. Oh ja. Nein! Rubik's! Ey! Meister! Rubik's! Meister, Rubik's! Ich habe einen guten Spot, das kann nicht sein. Wo wollen Sie hin? Rubik's? Hallo! Also, ich bin auch nicht tot. Ich renne gerade. Rubik's, ähm... Er lässt mich in Ruhe gerade, aber... Nein! Rubik's, äh... Es tut mir leid. Ich habe halt keine Wets gefahren, Mann. Ey! Rubik's, es tut mir leid, es tut mir leid. Ey, macht zum ersten Mal beim Heiden Sieg mit und stirbt halt als zweite Person. Es tut mir leid, okay? Was soll ich machen? Ey, komm, lieber geht raus. Sorry, Rubik's. Ah, Rubik's, der Loser, Bro. Ich dachte, ich habe einen guten Spot. Ja, voll schlecht. Digger, wie schlecht muss man sein, dass man als Erste stirbt, frage ich mich. Ich finde keinen Spot. Kann mir irgendein Asyl gewähren? Ich brauche einen guten Spot. Psst, psst, psst. Okay, ich muss weiter suchen. Es gibt hier tausende Verstecke, wo man sich verstecken kann. Ich hätte mal den Bereich ein bisschen mehr einschränken sollen, weil ich kann mich vorstellen, dass Leute sich unter der Brücke zum Beispiel einfach im Wasser verstecken. Ja, er fliegt. Er benutzt die ganze Zeit Flügel, ne? Das ist krass. Ja, ja. Dann kann er auch... Hier, ich will das Bild zurücknehmen. So, ich gucke mal von oben. Das ist Fix. Scheiße auf ihn, Fix. Ich komme. Oh mein Gott, er kommt zu mir. Das war's mit dir. Großer. Ach du Scheiße, das war so dumm. Ich bin auf der Gamescom, Alter. Ich gebe dir... Oh mein Gott. Fix. Oh, er ist bei mir. Hat er nicht gefunden? Nö, noch nicht. Er würde mich nicht finden. Bitte nicht. Scheiße. Der hat so viele Chancen gehabt, gerade zu entkommen hier. Bitte, guck einfach nicht runter. Bitte. Oh mein Gott, wenn er hier außen guckt, ist so arsch. Oh, er ist hier. Oh, er hat, glaube ich, jemand anders gefunden. Oh, er hat so viele Chancen gehabt. Oh, er hat so viele Chancen gehabt. Oh, er hat so viele Chancen gehabt. Ich lasse dich jetzt runter und töte dich. Ich weiß, wo du bist. Verkack, ich verkack. Ich schaffe es nicht mehr auf mein Versteck. Ich habe echt Schiss, dass Maxi mich jetzt findet. Ich schaffe es nicht mehr. Ich schaffe es fix. Ich schreibe Maxi, wo du bist. Hör auf, du Ratte. Überall Brücken, überall Trunde. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Ich habe wieder einen gefunden. Ist das krass. Wo die sich verstecken? Hier unten. Zwischen den ganzen Sachen. Ich muss richtig tryharden hier. Was ist das denn? Wo ist das denn Karma? Wo verstecken die sich denn? Krass. Ich glaube, ich muss zu meinem anderen Spot wieder gehen. Der nächste. Oh, mein Gott. Karma, nein. Es ist unglaublich. Nein. Ich glaube, er hat mich zipline gehört, oder? Oh, nee. Das ist crazy. Die versteckt sich einfach an. Ich habe... Nee, das ist ja voll unmöglich, hier wen zu finden. Das ist ja krass. Ich werde niemals alle finden in der Zeit. Nein. Ja, ja. Eine kleine Ratte fix. Weg zu, du kleine Ratte. Verpiss dich. Der baut sich zu. Pizze. Pizze, was wir tun? Scheiße, wo ist er hin? Er ist so dumm. Oh, mein Gott. Er ist so dumm. Nein, nein, nein. Fix darf nicht entkommen. Nein, 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 nein. Das gibt es doch nicht. Er sucht mich außen irgendwo. Bitte mach einfach keinen Scheiß. Ach, nee, oder? Pizze nicht. Ich bin raus. Das war's schon. Ich habe es ihm halt gesagt. Hast du es ihm wirklich gesagt? Nein. Die ganze Zerstörung. Ruhm, Mann, ey. I'm so sorry. Fixie. Fix ist damit auch eliminiert. Ich habe schon, ehrlich gesagt, gar nicht so viele Leute gefunden. Ich habe schon sechs gefunden in der kurzen Zeit. Ich glaube nicht, dass sie so gute Verstecke bis jetzt gefunden haben. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Okay, wir schauen mal weiter. Okay. Bibliothek. Ich sehe hier niemanden gerade. Alles absuchen. Wichtig. Jeder Zentimeter, jeder Quadratmillimeter muss von mir analysiert werden. Ich muss alles wissen. Ich kann mich schon vorstellen, dass viele nach außen gehen. Dabei ist es eigentlich gar nicht so smart, finde ich. Ich bin einfach oben im Dach. Du sagst dir, das wird noch das beste Versteck ever. Okay. 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 Okay, ich lasse dich leben. Nicht da, Junge. Nicht da. Boom. Boom. Woo. Okay. War nur Spaß. Mit dem Blitz sogar. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Es ist ein bisschen schwer, hier jemanden richtig zu finden, weil hier halt die Gebiete halt so krassen, ne? Okay. Ich kann das Emote nicht machen. Ich habe das Emote nicht, Bro. Es geht nicht. Ey, es geht nicht. Das Emote geht nicht. Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht. Ich bin in den Einkommen. Ich kann es nicht machen. Mein Verdammt. I'm sorry. So, ich fliege mal außen rum kurz. Es tut mir leid. Ich kann das Emote nicht machen. Ist das hier? Oh mein Gott. Warum? Okay, da bei diesem Gebäude war ich noch nicht. Da, hier ist noch irgendwie jemand. Oh nein. Ich höre ihn fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krass. Ist gar nicht so einfach. Brendanenbaum. Es ist nicht einfach, hier Leute zu finden. Wirklich. Es ist richtig schwer. Remix, wollen wir einen Plan machen? Du lenkst ihn ab und ich komme raus. Dann teilt ihr euch die 100 Euro. Nein, Remix, mach es nicht, Bro. Remix, bitte. Oh mein Gott, das war's. Ja, schieß noch mehr. Schieß mehr, schieß mehr, schieß mehr. Oh mein Gott, Remix, bitte. Schieß öfter, schieß öfter. Ja, schieß nochmal. Remix, ich bitte dich. Jemand hat noch in meinem Team. Schüss, da hat jemand geschossen. Run, Forest. Bist du das Magician, der da schwimmt? Ja. Geh mal ins Feuer rein. Geh ins Feuer rein. Einfach drauf. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wie blind ist Maxi? Er hat den im Feuer nicht gesehen. Bin zu einem bin ich. Oh mein Gott. Ich war schon gefühlt überall. Ich try hard jetzt. Shit, nichts getroffen. Ja, die Zone kommt. Wir müssen, glaube ich, nochmal eine neue Runde machen. Aber die, die sich versteckt haben, die bleiben versteckt. Also wir machen ganz kurz einen kleinen Skip. Pien ist jetzt bei mir im Team. Es wird uns nämlich zu schwer, mit der Zone irgendwie jemanden zu finden. Deswegen suchen wir zu zweit die restlichen, die noch da sind. Eins, zwei, drei. So ist das Zeichen, dass es losgeht. Aber es geht los, oder? So ist das Zeichen. Komm, wir gehen zusammen zu einem Ort immer und suchen diesen einen Ort ganz sorgfältig, okay? Ja, ja. Das erste Haus hier, okay? Wir müssen nämlich noch acht, sieben Leute. Sieben Leute müssen wir finden. Du wirst merken, es ist nicht so einfach, hier Leute zu finden. Ja, ja, ich weiß. Ich habe gar keinen Versteck. Nee, ich stehe gerade komplett offen. Ich stehe auch schon halb offen rum. Also der Ort ist zwar richtig riesig, aber so Versteck gibt es ja nicht so gute, finde ich. Hier ist niemand. Vielleicht sind die Flüge, sind hilfreich. Ja, das ist gut, das ist gut. Komm mal her, ich splash uns. Ja, wichtig, wichtig. Gibt es nicht mal rote Blumen, Alter. Wenn es hier wenigstens rote Blumen gibt. Oh, ich sehe Flügel. Okay, welches Haus jetzt, das danach kommt? Was haust du dir nach? Ja. Also die untere Seite, ne? Hier, ich hätte mich nämlich auch fix gefunden gehabt mal. Vielleicht ist hier noch jemand, aber ich glaube halt nicht. Ich sehe niemand. Es ist so schwer, hier Leute zu finden, ne? Ja. Hier haben alle krasse Verstecke oder wahrscheinlich haben sie sich irgendwo versteckt, wo man gar nicht hin darf. Ich hätte hier unten auch welche auf dem Boden gefunden. Überlegt mal. Ja, ich war auch da. Wir sind unten auf dem Boden rumgelaufen. Ach, ganz unten. Ja, teilweise ganz unten. Es ist halt richtig schwer, da Leute zu finden. Ich kann mir vorstellen, dass Leute auch hier einfach außen stehen. Gerade war ein Stein hier. Irgendwo oben war Rassiplein. Okay. Ja. Siehst du? Niemand da, ne? Ja, ich fühle das. Nicht so einfach. So, okay. Ich check mal vom Spawn aus. Zu der linken, das Gebäude. So, wir haben Flügel. Flügelis. Wir checken hier einmal alles ab. Gehen niemanden hier. Jetzt ist es auf dem Dach. Sind die bei dir? Ja, die ist bei mir. Gehen niemanden hier. Ich habe Baumi. Warte mal, guck mal. Ich habe Baumi. Ja. Wo denn? Hier außen. Ah, Baumi. Oh nein, der Arme, der weint. Ach, schnell. Wir müssen uns beeilen. Sorry, ich vergesse ja, Mann. Oh, der hat jemand. Oh, der Mix. Nein. Minus eins. Ich bin noch sechs am Leben. Komm mit, ich habe gerade was drin. Kein Mitleid. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ich bin da. Ich bin da. Guck mal, siehst du das hier über uns? Siehst du das? Boah. Komm mit rein. Warte, mach das zu. Mach das zu. Ja, ja. Das ist ja nicht ab. Du links, ich rechts. Ja, aber du schießt noch nicht ab. Wir mobben ihn ein bisschen. Den wir auch finden. Ja, warte, hier ist jemand. Das ist Bait. Das ist voll Bait. Das ist ja mal voll Bait. Alter, ich dachte, da ist jemand drin. Hä? Aber die waren noch nicht bei mir. Die werden ja gleich das Ganze außen auseinandernehmen. Ja, die nehmen gerade ein paar Tempel hier auseinander. Ja, ich kann mir vorstellen, dass noch ein paar außen sind oder so. Ja, ich gucke, ich scout mal außen. Aber warte mal, jetzt da gerade, jetzt wissen wir, dass man da rein kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir bei mehreren Orten da irgendwie reingegangen sind, weißt du? Ich glaube, der hat mich. Der hat mich, oder? Was? Der hat mich nicht? Nie im Leben. Der ist gerade an mir vorbeigeflogen. Oh mein Gott. Wien ist gerade so an mir vorbeigeflogen. Der hat auch, glaube ich, doch in die Richtung geguckt, oder? Hast du Zipline benutzt? Nein. Ist das ein Gegner? Ja, ich habe einen. Wo? Oh. Ich habe meinen Dick. Wir haben ihn wiedergefunden. Oh nein, noch einer weniger. Oh nein, Imas, nein. Also in den Flammen. Echt jetzt? In diesen kleinen Flammen war einer. Das ist bestimmt Magiken oder so in den Flammen. Oh. Oh oh. Kommt er zu dir? Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, es sind beide mit mir drin. Oh mein Gott. Ich sehe die Steps noch neben mir. Verdammt, Alter. Hast du ganz oben geguckt? Oh mein Gott. Ich habe einen gefunden durch Zufall gerade. Bro, was? Ich dachte mir, ich drehe mich mal um. Komm zu mir. Bist du bei mir? Siehst du ihn da? Oben? Ah. Hä? Guck mal. Das ist Magical. Ja. Ah. Nein, nein, komm. So nicht. Nee, er darf nicht hier kommen. Oh mein Gott. So nicht. Nee, so nicht hier, Fräulein. Oh mein Gott. Hat er dich? Ja, die haben mich. Okay, es fehlen noch vier. Noch vier Stück. Die letzte Person kriegt Geld. Wir müssen natürlich tryharden. Wir wollen einfach jeden rauslegeln. Ich kann mir vorstellen, dass bei diesem Main-Gebiet hier irgendwo noch Leute sind. Also bei den ganz großen Orten hier, weißt du? Ja. Vielleicht kann man da auch sich irgendwie reinbauen oder so. Ich scanne alles so krass mit dem Flügel. Das ist geisteskrank. Siehst du, wo ich bin? Siehst du, wo ich bin? Warte. Was? Und da sind die vorbeigelaufen? Nee, hier. Pin ist hier an der Statue rechts vorbeigeflogen. Oh mein Gott. Ist das verwinkelt alles? Nee, ich sag's dir. Das ist Pain. Das ist verrückt, ne? Muss man ein bisschen hier aufmachen, glaube ich. So wir ein bisschen durchgucken können. Wie die zwei gerade alles kaputt blitzen, ne? Der ist direkt neben mir. Der ist direkt neben mir. Das war's, Magic-In. Ah nein, das sieht ich nicht. Das sieht ich nicht. Nein, nein, nein. Ah nein, nein. Der hat mich nicht gesehen. Der hat in meinem... Oh mein Gott. Boah, das gibt viel mehr Adrenalin, wenn man das in die Augen guckt, ey. Ja, nochmal Blitzy. Ja, ich hab einen gefunden. Oh ja, er hat seinen Kopf so hingestellt, als wäre es eine Vase. Ich pack's nicht. Mann. Orange! Der muss sich wegschockraven. Aha. So nicht, Fräulein. Oh mein Gott. Hat er? Der hat mich gesehen, oder? Nee, der hat Orange gefunden. Nein. Nur noch drei, ne? Irgendwas sagt mir hier an diesem Gebäude. Ich weiß nicht, warum. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht mehr mehr, wo ich suchen soll. Der zerbredeppert wieder das ganze Ding. Der ist... Die sind schon wieder neben mir, Magicant. Die fliegen gerade neben mir. Ja, dadurch, dass es halt immer weniger werden, aber die Fläche gleich bleibt... Schon schwer, ne? ...können sie immer wieder ein neues Versteck wählen. Wir müssen nochmal eine neue Runde machen, wegen der Zone. Aber wir sind jetzt wieder am Start. Mal gucken. Wir müssen jetzt wirklich die letzten drei irgendwie finden. Das kann nicht sein, dass wir die nicht finden. Okay, diesmal ist hier keine Bodenfläche. Ich gucke trotzdem den ganzen Ort nochmal oben rein. Ich... Wer auch immer... Das ist Dan sein Gebiet. Der wird irgendwas so plumpes, offensichtliches hier safe nehmen. Wir müssen einfach ausscheiden nach Toten... Äh, nach Toten. Ja, moin. Und nach Roten Tomaten. Beifelzoten Tomaten. Okay, da sieht niemanden. Wir müssen wirklich alles absuchen. Ich mache das jetzt so gründlich, ne? Ich gucke mir je... Aha! Was denn? Schieß mal einmal... Warte, wo bist du? Leider, warte... Oh, der fliegt hinter mir. Der ist hinter mir. Die Tomate, hä? Sagst du? Komm mal her. Headshot. Headshot, nein. Hä, was denn? Komm mal mit. Ja, ich komme. Wir sind zu zweit da. Ach komm, die haben mich gefunden. Guck mal hier runter. Wo? Du willst mir gerade echt sagen, dass Dan die ganze Zeit schon die ganzen Runden hier chillt. Die stehen neben mir. Die stehen neben mir, die Säcke. Die stehen so neben mir. Nein. Das ist so ein Fufu-Classic-Versteck. Please, ich zieh den aus. Komm! Scheiße. Ey, ihr wollt mich snipen. Er wollt mich snipen. Recht sagst. Ah, ich wusste es, als Pien da oben durchgeflogen ist. Der hat mich so gescannt, ey. Ich hätte nicht so früh da hingehen sollen. Das ist ein richtig krasses Fufu-Classic-Versteck. No joke. Ey, war wahrscheinlich auch der, der uns gebetet hat eben. Das machen bestimmt mehrere gerade, ne? Mit den Büschen. Ich scout jetzt jeden Busch. Den noch zwei. Einen brauchen wir noch, ne? Ja, ja. Einen brauchen wir. Und die andere Person hat dann gewonnen. Okay, wir müssen gründlich sein. Jeden Makro-Millimeter absuchen. Alle Decken auch untersuchen. Den Boden anschauen. Können überall Lücken haben. Der Ort ist halt krank, ne? Alles kaputt machen. Brauchtest du so ein Thermal-Visier? Boah, Thermal-Visier wäre richtig OP beim Heiden-Ziel. Das wäre richtig cheaten. Wir haben hier gefühlt alle schon dreifach und vierfach abgesucht. Der Brücke hier ist auch niemand. Also irgendwo müssten die ja sein. Es kann nicht sein, dass wir die nicht finden. Irgendein Statut vielleicht an irgendeiner Kante. Oh mein Gott. Wo bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gebe auf. Was ist los? Hast du den letzten gefunden? Guck mal bei... Wo ist er? Guck mal hier auch wieder runter. Ich kriege ein Déjà-vu. Findest du ihn? Oh mein Gott, der ist im Baum. Der hätte... Imagine, der hätte jetzt noch meinen Skin, weißt du? Ja. Imagine, der hätte meinen Skin. Oh Mann. Der Arme. Nextos, Hoth. Ist er hier? Hey, warte, warte. Ganz kurz, ganz kurz. Zeig mir, wo er versteckt war, bitte. Hä? Wo kommst du her? Der geschummelt. Wie? Hey, hier bin ich dreimal durchgelaufen. Nein, du quatsch. Nein, nein, nein. Das war es denn niemals die ganze Zeit. Ich habe hier eben dann geholt gehabt. Astroblade ist der Gewinner von 100 Euro. GG's. In dem Chat. GG. So, okay, Leute. Das war es mal wieder mit der weiteren Hide and Seek von der Astroblade. Hat 100 Euro gewonnen. Falls ihr auch mal mitmachen wollt, joinet einfach auf den Discord-Server. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst euch gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da für mehr Hide and Seeks. Und wir sehen uns bei der nächsten Objektiv. Und ciao. Ah!